Nachdenkseiten Die kritische Website Venezuela zwischen erratischer Innenpolitik, der Dialogtorpedierung und militärischer Bedrohung durch die USA Von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion Im vergangenen Juli regte die Regierung Norwegens die Wiederaufnahme des seit Mitte 2018 auf Puerto Rico unterbrochenen Dialogs zwischen der Regierung Nicolás Maduro und der venezolanischen Opposition unter der Führung des Anfang 2019 selbsternannten sogenannten Präsidenten des Abgeordneten Juan Guaidó an. Nach nahezu einjähriger Unterbrechung und mit norwegischer Vermittlung trafen die Parteien zwischen dem 8. und 10. Juni auf der karibischen Commonwealth-Insel Barbados zur Ausarbeitung einer innenpolitischen Befriedungsagenda zusammen. Auf Druck der rechten Opposition bildeten Forderungen nach Abhaltung freier Präsidentschaftswahlen, der Freilassung von angeblich 500 politischen Gefangenen sowie der umgehenden Überwindung der katastrophalen Versorgungslage im Ernährungs- und Gesundheitsbereich in Form sogenannter humanitärer Hilfe den Mittelpunkt des auf Barbados umrissenen Fahrplans. Indes brach die Regierung Maduro Anfang August die Gespräche einseitig ab. Dem folgte ein Monat später ebenfalls die Aufkündigung der Verhandlungen de Guaidó als Vertreter der Opposition. Die von der US-Regierung angeblich befürworteten Verhandlungen enthielten allerdings einen Janus-Kopf und waren ausschlaggebend für den Rückzug der Regierung Maduro. Zum einen unterdemirte die Administration Donald Trump die Verhandlungen mit der gleichzeitigen Verhängung neuer Sanktionen gegen Venezuela. Zum anderen entließ Präsident Trump den Sicherheitsberater und Sonderbeauftragten vor Venezuela, John Bolton, per Twitter mit den Worten, Zitat Auf den ersten Blick lösen Trumps starke Worte Erstaunen aus und signalisieren Muskelakte doch die eher taktischen Differenzen zwischen dem Präsidenten und Bolton in der Außenpolitik gegenüber Venezuela und Kuba bleiben im Bereich des Nebulösen. Schließlich machen beide radikale Front gegen die Abhaltung von Wahlen unter einer amtierenden Regierung Nicolás Maduro und beide rasseln wiederholt mit dem Säbel eines militärischen Überfalls. Doch der Fall geboten musste notgedrungen seinen Hut nehmen. Als Pate des selbsternannten sogenannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó musste der Sicherheitsberater nicht nur dessen klägliches Scheitern, sondern vor allem den Weiterverbleib Nicolás Maduros an der Macht tatenlos hinnehmen. In das Handlungsvakuum der venezolanischen Opposition platzen nun zwei Drohungen. Einerseits spielte Donald Trump bereits in der ersten Augusthälfte mit einer Seeblockade Venezuelas. Andererseits drohte Anfang September die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, mit einem militärischen Eingriff in Venezuela. Wie das Nachrichtenportal Axios von Insidern erfuhr, schlug der US-Präsident nationalen Sicherheitsbeamten vor, die USA sollten Kriegsschiffe entlang der venezolanischen Küste stationieren, um zu verhindern, dass Waren nach Venezuela und von dort auf den Weltmarkt gelangen. Nach Angaben eines anonymen Beamten der Trump-Administration soll die Blockade durchgesetzt werden, bis Nicolás Maduro zurücktritt und Juan Guaidó an seine Stelle die Macht übernimmt. Zitat Auf angebliche Initiative Kolumbiens und zur eindeutigen Eskalation des von außen oktruierten Konfliktes in Venezuela beschloss der Ständige Rat der OAS am vergangenen 11. September, den interamerikanischen Vertrag über gegenseitige militärische Unterstützung, kurz TIAR, gegen Venezuela auszurufen. Die kolumbianische Regierung behauptet, Nicolás Maduro arbeite mit dem sogenannten Narkoterrorismus zusammen und dass Venezuela bewaffneten Abtrünigen der ehemaligen kolumbianischen FARC und der ELN-Guerilla-Schutzgewehre sie ausbilde und finanziere, was eine sogenannte Aggression gegen Kolumbien bedeute. Dass der Anlass an den Haaren herbeigezogen ist und die Behauptungen eher umgekehrt zutreffen, insbesondere auf die Zusammenarbeit Juan Guaidós mit der paramilitärischen kolumbianischen Narko-Szene, wurde jüngst mit Fakten und Fotos nachgewiesen. Erneuter Kollaps des Dialogs Doch zurück nach Barbados. Am Ende der ersten Gesprächsrunde gab Norwegen die Einigung der Parteien bezüglich der Einrichtung eines sogenannten Verhandlungstisches bekannt, der, Zitat, »kontinuierlich und zügig«, Zitat Ende, »zur Lösung der venezolanischen Krise beitragen werde.« Nicolás Maduro erklärte, »Der Dialog, der ein sogenanntes friedliches Zusammenleben mit der Opposition anstrebe, beflügle ihn mit Optimismus.« Juan Guaidó wiederholte jedoch zur Überraschung Norwegens, Die Ansätze seien lediglich Teil einer Strategie, um Maduro von der Macht zu entfernen. Schon bald nach dem Barbados-Treffen schien die etwas aufgelockerte Polarisierung wieder festgefahren. Guaidó stotterte unentwegt seine Gebetsmühlen für die sogenannten freien Wahlen herunter, während Maduro es vorzog, über sogenannte Konfliktlösungen zu verhandeln, jedoch der Frage nach Wahltermin taktisch auswich. Beide Haltungen erzeugten selbstverständlich erneute Frustrationen, nicht nur bei Norwegen, sondern auch bei Papst Franziskus, der die Regierung Maduro in den vergangenen drei Jahren mehrmals zur Flexibilität und Standhaftigkeit im Dialog ermahnt hatte. Der Dialog dauerte jedoch auch dieses Mal kaum wenige Wochen. Am 7. August brach die Regierung Maduro die Gespräche ab und begründete den Entschluss mit der Erklärung, Guaidó habe erneut US-Wirtschaftssanktionen für hochrangige Beamte der venezolanischen Regierung begrüßt und unterstützt. Mit Hinweis an die norwegischen Behörden signalisierte Wochen später Präsident Maduro, er werde zum Dialog zurückkehren, falls Guaidó seine Absicht zurücknehme, das historisch umstrittene Ezequibo-Gebiet zwischen Venezuela und Guayana an die ehemalige britische Kolonie abzutreten. Damit nicht genug. Am 7. September eröffnete die venezolanische Staatsanwaltschaft deshalb gegen Guaidó eine Anklage wegen sogenanntem Hochverrat. Wenige Tage später beschuldigte Diosdado Cabello, Vorsitzender der verfassungsgebenden Versammlung, Guaidó der Komplizenschaft mit kolumbianischen Paramilitärs und dem Drogenkartell Rastrojo, übersetzt Feldstoppeln. Cabellos Anschuldigung beruht allerdings auf einer Meldung des kolumbianischen Menschenrechtsaktivisten Wilfredo Canizares, dem am 12. September auf Twitter die Abbildung Guaidós Arm in Arm mit zwei Führern der Rastrojo-Bande gelungen war. Canizares enthüllte aber mehr. In seiner Bildzeile schrieb er, Zitat Wir haben es von Anfang an gesagt. Die Grenzüberquerung Herrn Guaidós nach Kolumbien am 23. Februar wurde mit den Rastrojos abgestimmt. Zitat Ende. Zur Erinnerung. Am 23. Februar 2019 hatten Regime-Change-Strategen in der Regierung Donald Trump mithilfe Kolumbiens und Brasiliens einen LKW-Konvoi mit sogenannter humanitärer Hilfe über die kolumbianische Grenzstadt Cucuta nach Venezuela einzuschleusen versucht. Sie hatten auf eine Spaltung der venezolanischen Streitkräfte und auf einen Startstreich gegen Präsident Maduro gewettet, was sich jedoch als fatale Fehleinschätzung erwies. Die medial ausgeschlachtete Schlacht von Cucuta scheiterte als Abenteuer stümperhafter Anfänger und bedeutete die erste politische Niederlage für den von den USA zur Galleonsfigur aufgebauten Juan Guaidó, aber auch für John Bolton. Cañizares lieferte jedoch Einzelheiten über die Zusammenarbeit der rechtsextremen venezolanischen Opposition mit kolumbianischen Verbrechersyndikaten. Zitat Wir haben erfahren, dass Los Rostrojos einen Sicherheitskorridor für die Grenzüberschreitung Juan Guaidós eingerichtet haben. Wir haben Beweise dafür, dass sie eine Operation ins Leben gerufen und die Gemeinden, durch die Guaidó marschiert ist, zum Rückzug und Stillschweigen gezwungen haben. Sie zwangen Leute zum Schlafen gehen und verhängten ein Fahrverbot für Motorräder durch Cucuta und Norte de Santander. Wir haben jahrelang die Umtriebe der Stoppeln angeprangert. Wir wollten die Aufmerksamkeit der öffentlichen Verwaltung und des Bürgermeisteramtes genau darauf richten, so erklärte es Cañizares. Nach diesen schweren Anschuldigungen erklärte nun auch Guaidó am vergangenen 15. September den Austritt des von ihm geführten Oppositionsblockes aus den Barbados-Verhandlungen. Trumps Androhung einer Seeblockade Noch während des Dialogs hatte Trump neue Sanktionen verhängt und gar eine Seeblockade gegen Venezuela erwogen. Der US-Präsident regte die Idee zunächst im begrenzten Kreis seiner Sicherheitsberater an, ließ sie jedoch mit gewohnt schräger medialer Abschreckungsabsicht dann öffentlich verbreiten. Nach Angaben von Axios soll Trump einem der Beamten wörtlich gesagt haben, Zitat Verhindern Sie, dass alles nach Venezuela hereinkommt. Zitat Ende. Unter US-Beamten kursiert die Annahme, die venezuelanische Armee sei nicht in der Lage, einen Militärschlag der USA erfolgreich abzuwenden. Präsident Maduro kontete in einem gefilmten Interview mit der brasilianischen Tageszeitung Fulla de Sao Paulo. Er wolle nicht über Krieg sprechen, doch sei er selbstverständlich bereit, Venezuela zu verteidigen. Zitat All diese Drohungen der Regierungen Bolsonaro und Donald Trump gegen Venezuela haben die bolivarischen Streitkräfte ideologisch und institutionell nur noch stärker zusammengeführt. Zitat Ende. So erklärte er gegenüber der Journalistin Monika Bergamo. Die Provokation Trumps und die Anstiftung Kolumbiens zur lächerlichen Ausrufung des TIAR-Vertrages über gegenseitige Verteidigung werden indes von zwei Nebenhandlungen mit angetrieben. Zum einen wurde die Androhung der Seeblockade verkündet, nachdem wenige Tage zuvor Russland und Venezuela den Austausch von Kriegsschiffen zwischen ihren Häfen angekündigt hatten. Zum anderen schielt Trump damit auf seine Wiederwahl, genauer, auf die 418.366 Exil-Venezuelaner, die seit 2017 in den USA leben, davon mindestens 200.000 in Florida. China, Venezuelas gegenwärtiger Hauptgläubiger und Investor, und Russland reagierten mit Aufrufen zur Einhaltung der internationalen Legalität und mit Protesten gegen Trumps Drohungen und den TIAR-Vertrag. Mit Verweis auf den OAS-Beschluss erklärte Hua Yunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, ihre Regierung lehne eine auswärtige Einmischung in Venezuela ab. Sie forderte die Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen sowie die Grundregeln für internationale Beziehungen ein und empfahl die Weiterentwicklung des politischen Dialogs. Die Erklärung des russischen Außenministeriums fiel schärfer aus. Die Regierung Wladimir Putin wirft Washington eine, Zitat, irrationale Politik gegenüber Venezuela und seinen legitimen Behörden, Zitat Ende, vor. Russland verurteilte, Zitat, aufs Schärfste die offene Einmischung der USA in die Angelegenheiten eines souveränen Staates, eines strategischen Partners Russlands, Zitat Ende, und warf der von Juan Guaidó angeführten Opposition die Unterstützung der wörtlichen aggressiven und einseitigen Maßnahmen der USA vor. Guaidós Haltung zeige, dass er bereit sei, die Normalisierung der Situation zugunsten seiner persönlichen Ambitionen zu opfern. Vorläufiger Epilog Wer keinen Hund hat, zieht mit einer Katze in die Jagd, so heißt es in einem ironischen brasilianischen Sprichwort, das Nicolas Maduros jüngsten Schachzug treffend umschreibt. Am vergangenen 16. September zelebrierte die Regierung Maduro in Gegenwart eines Teils der diplomatischen Vertretungen im Lande ein neues Abkommen mit einer Fraktion der penizulanischen Opposition. Die Parteien einigten sich auf einen sogenannten nationalen Dialogtisch, der Folgendes regeln soll. Die Rückkehr der Regierungspartei PSUW mit ihren 54 Abgeordneten in das unter dem Vorsitz Guaidó befindliche Parlament, das 167 Abgeordnete umfasst. Die Reform und Neubesetzung der Wahlbehörde und die Freilassung politischer Gefangener. Unterzeichner des Abkommens waren Vizepräsidentin Delcy Rodriguez, der Minister für Information und Kommunikation Jorge Rodriguez und Außenminister Jorge Areaza. Die Gegenseite wurde durch den Parlamentarier Timoteo Zambrano, den ehemaligen Bürgermeister Claudio Fermin und den Generalsekretär der Bewegung für Sozialismus MAS Felipe Mujica vertreten. Zambrano, Fermin und Mujica vertreten allerdings eine politische und zahlmäßige Minderheit in und außerhalb des Parlamentes, die das Kräfteverhältnis zwischen dem abtierenden Grabismo und der Opposition vorläufig nicht entscheidend verändern wird. Sie wird jedoch zweifellos einen weiteren Keil ins Getriebe des ultrakonservativen Blocks um Juan Guaidó treiben und die Regierung Nicolas Maduro Zeit gewinnen lassen für die breite Debatte über Zeitpunkt und Protagonisten einer fälligen Präsidentschaftswahl. Juan Guaidó empfahl, er und Nicolas Maduro sollten als Kandidaturanwärter zurücktreten. Es bleibt abzuwarten, ob Guaidó nicht noch einmal falsch spielt und ob sich das amtierende Javismo auf eine breite Beteiligung seiner Basis zur Bestimmung von Maduros Nachfolger ernsthaft einlässt. Innerhalb des Textes finden Sie zahlreiche weiterführende Verlinkungen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.